Steuerklasse 3. Ja, jetzt wird es langsam spannend, denn hier wird es nicht mehr ganz so einfach. Die Steuerklasse 3 ist aber nur für verheiratete bzw. eingetragene Lebenspartner. Bedeutet an der Stelle, Alleinverdiener oder Doppelverdiener sind natürlich hier im Großen und Ganzen in der Steuerklassenkombination 3 mit 5 möglich. Denn ganz wichtig, die Steuerklasse Nummer 3 gibt es nicht alleine, die ist immer abhängig von der Steuerklasse 5. Ganz wichtig ist auch an der Stelle, diese Steuerklasse 3 wendet man immer dann an für denjenigen, der am meisten verdient. Grundsätzlich normalerweise. Das heißt nämlich, hier sind mehr Freibeträge mit eingearbeitet, die bei der Nummer 5 am Ende wegbleiben. Kommen wir übrigens auch noch dazu. Übrigens auch an der Stelle der Steuerwegweiser für werdende Eltern, ein sehr interessanter Online-Kurs, den wir aufgebaut haben, wie du steueroptimal von vor der Geburt bis zur Geburt und natürlich am Ende bis in die Steuerplanung hinein von Immobilien, Beteiligung und ähnliches natürlich dann vorankommst und sagen kannst an der Stelle, ich habe steuerlich alles richtig gemacht. Wie gesagt, Alleinverdiener, wie es früher war oder Doppelverdiener können diese Wahl wählen, denn es handelt sich hier um einen Antrag, den man stellen kann, also Steuerklassenkompensation 3,5 immer nur auf Antrag, denn der Standard ist grundsätzlich hier die 4. Aber welche Freibeträge sind denn in der Steuerklasse 3 mit eingearbeitet? Das ist zum Beispiel einmal der Grundfreibetrag von beiden, also von zwei Steuerpflichtigen, wenn ihr verheiratet seid natürlich, 21.816 Euro im Jahr 2023, bedeutet an der Stelle den doppelten Grundfreibetrag. Das macht natürlich ein bisschen was aus. Aber nur einmal der Arbeitnehmerpauschbetrag in Höhe von 1.230 Euro, auch nur einmal der Sonderausgabenpauschbetrag von 36 Euro und die Vorsorgepauschale an der Stelle natürlich abhängig vom Bruttoverdienst, nur in dem Fall Kranken- und Pflegeversicherung. Was auch doppelt reinkommt, ist an der Stelle der Kinderfreibetrag und zwar mit 8.952 Euro schlägt dieser zu Buche. Ganz wichtig auch an der Stelle, natürlich die Entlastungsbeträge für Alleinerziehende gibt es nicht, denn wenn ihr verheiratet seid, seid ihr grundsätzlich nicht Alleinerziehend, weil hier mindestens eine weitere Person über 18, die hier nicht ein Kind im Sinne Einkommen steuert, ja mit im Haushalt lebt. Grundsätzlich auch an der Stelle, wenn du über diese Freibeträge drüber kommst, musst du in der Steuerklasse 3 am Ende Steuern zahlen. Wichtig nochmal als Reminder, wenn du zum Beispiel derjenige in der Beziehung bist, der mehr verdient, solltest du grundsätzlich die Steuerklasse 3 wählen. Aber wenn du in dem Zusammenhang sagst, hey, wir bekommen vielleicht ein Kind, dann macht es Sinn, das Ganze zu tauschen, denn in dem Zusammenhang ist es so, dass derjenige, der Elterngeld bekommt, sollte am Ende hier vorerst mal in die Steuerklasse 3 gehen, weil er dann ein höheres Nettogehalt hat, auf Basis dessen sich am Ende auch das Elterngeld und sonstige weitere natürlich Ersatzleistungen berechnen. Du willst keine Steuertipps, Steuernews und sonstiges mehr verpassen, dann liken, teilen und natürlich weitersagen und auch abonnieren, denn damit sind wir natürlich hier öfter auf YouTube, bei dir, am Handy oder am Laptop. Ich wünsche dir einen schönen Tag und denk dran, Steuern spart, wer Steuern plant. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020